Heute möchte ich euch den Echtpower Outdoor Bluetooth Speaker mit dem schönen Namen Quickbox vorstellen. Er unterstützt Bluetooth 4.0 und NFC, also Near Field Communication. Er ist zudem IPX6 wasserdicht, staubdicht. Er unterstützt, wie bereits gesagt, NFC, Siri, Android Voice, Line-In und auch MicroSD-Karte. Zudem ist eine 2200 mAh Lithium-Ionen-Batterie verbaut und er garantiert eine Musikspielzeit von bis zu 15 Stunden. Zudem Bluetooth 4.0, wie bereits gesagt, und auch ein CSR-Chipsatz ist verbaut. So, packen wir das Gerät mal aus. Also hier haben wir ein Micro-USB-Ladekabel. Außerdem haben wir einen 3,5 mm Klinke Audio-Stecker, beziehungsweise Audio-Kabel. Dann haben wir hier ein Band-Watcher-Proof-Speaker und natürlich den Lautsprecher. Und noch eine Anleitung. Ziemlich klein geschrieben und alles auf Englisch. Naja, versuchen wir es mal so. So, okay, der Lautsprecher besteht soweit, dass ich das erkennen kann, komplett aus Plastik. Die äußere Hülle ist etwas gummiert. Hier finden sich noch Hinweise, dass er wasserdicht ist, sowie hier aufzuladen ist, dass er in China hergestellt ist und der Frequenzbereich. Hier haben wir einen kleinen Tragegriff. Ach, hier haben wir natürlich den NFC-Chipsatz verbaut. Dann haben wir hier einen Knopf M. Ich vermute mal, das steht für Modus. Einen Knopf, um Lieder zurück, beziehungsweise vorzuspielen. Dann einen Knopf für Pause und Play und lauter Leise-Tasten. Sowie einen Knopf für die Freisprechfunktion. Hier haben wir den Anschaltknopf. Hinter dieser Gummikappe verbirgt sich der Anschluss für die Stromversorgung, das MicroSD-Kartenlesegerät sowie ein Aux-In-Stecker. So, mehr gibt es zu diesem Gerät so weit nicht zu sagen. Ziemlich schwer, liegt aber gut in der Hand. Das Gummi fühlt sich auch ziemlich gut an. Ich würde sagen, dann schalten wir ihn mal ein. So, dann muss ich ihn noch mit meinem Tablet verbinden. Das funktioniert natürlich über Bluetooth. Verbindung haben wir also hergestellt. Und versuchen wir mal Musik abzuschalten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020